so leute einmal ganz kurz wir haben samstag es kommen diesen monat her echt viel raus und ich kenne ja das schedule was noch alles rauskommt da kommt eine ganze menge mehr raus deswegen fange ich heute mit einem kleinen video mal ihr werdet spoiler jeden samstag auch ein video in diesem dezember haben und ich habe diese dragon shield card divider booster pack in die hand gedrückt bekommen und ich dachte mir öffne ich jetzt mal nicht als booster weil es sind ja keine karten sondern halt an diesem samstag sind sechs card divider drin und die in alle standard size card boxes einpassen das werden wir gleich testen und es sind sechs random gejuicete artworks von den 13 artworks die wir haben und die backsides sind noch mal acht verschiedene farben das ist eine limitierte serie und diese artworks die in dieser series drin sind series 1 booster pack werden nicht noch mal kommen was ich cool finde es ist eine art booster pack für 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 card designer und gucken wir uns mal an was wir hier so drin haben hinten auf jeden fall farben also schwarz weiß grün grün rot blau haben wir bekommen und wir können hinten drauf schon theoretisch sehen was wir bekommen haben wir haben bekommen einmal tangwire ich weiß wer den haben will ich weiß wer den haben will dann haben wir den halloween rider dann haben wir das ist glaube ich aus der second gen gewesen dann haben wir der ist first gen oh mein gott oh mein gott hier kann wieder drin sein oder die wunderschönen schönen 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 valentine steves der noch mal in rot und was das denn den kenne ich nicht den kenne ich nicht es gibt es gibt es gibt es gibt eine art steve die ich nicht kenne das wundert mich ja ja sekunde ich habe hier noch eins liegen ich muss das auch noch aufmachen das habe ich jetzt vor der ohne kamera aufgemacht was haben wir hier drin gehabt wir hatten den blauen hier von drin den roten noch mal wir haben hier von den noch mal den noch mal und die beiden kann ich auch nicht sehr sehr cool also als allererstes kann ich euch jetzt schon sagen wir haben ja dezember ich muss das auch verlosen und wenn ihr diese drei von mir haben möchte die ich doppelt habe und deshalb eh nicht benutzen würde würde ich die an einen von euch verlosen dafür müsst ihr mir einfach nur unten in die kommentare schreiben was euer lieblings artwork von dragon shield ist meins ist ja bekannt ist entweder der wader der vater die parter sleeve oder eben der valentine mit dem weißen und dem schwarzen drachen ich muss hiervon noch mehr holen ich brauche diesen ich brauche schrecklich 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 ja wie gesagt da ein gewinnspiel und wir testen jetzt mal was alles mit diesem card die wandern möglich ist so ich habe jetzt eine alte box von mir ist eine alte und hier passt sie passt dann haben wir eine ultimate guard deck box hier passt die auf jeden fall easy rein dann haben wir eine zauberhand deck box und auch hier passt der easy rein sehr sehr nice dann haben wir von ultimate guard die boulder und auch hier müssten die oh seht ihr das in die boulder passen sie nicht rein so was haben wir noch für boxen die rumfliegen ich habe ja eine menge boxen noch rumfliegen gucken wir uns mal die legion box an da passt auf jeden fall auch easy rein dann begleitet uns dieses deck jetzt noch ein bisschen wir haben hier die dragon shield gaming boxen und auch hier ich sehe es schon passt easy rein und natürlich für der dragon shield das interessanteste ein nest die sind schon echt höher als normale karten das ist halt als für die weiter ganz gut und bei dem nest easy rein sehr sehr coole teile sehr sehr coole teile wenn irgendwer da draußen den vater oder die valentine dragons davon ziehen und die nicht braucht könnt ihr mich gerne mal bei instagram facebook oder per e mail anschreiben da finden wir bestimmt was wo wir tauschen können garantiert weil von diesen sleeves ist es super schwierig ranzukommen ich bin in ganz deutschland schon rumgefahren habe sleeves eingesammelt so langsam habe ich kaum noch welche davon und das ist sehr schade weil diese beiden artworks meine absoluten favorite artworks sind aber das sind limitierte sleeves deswegen wären diese packs hier die ideale möglichkeit damit ich zumindest die art davon behalten kann man kann die halt sammeln das finde ich halt schon geil also wenn ich mir jetzt wirklich angucke gesehen davon dass ihr halt drei stück gewinnen könnt wenn ich mir das nochmal angucke ich meine die meisten werden bei diesem video jetzt eh schon abgeschaltet haben und nur noch die hardcore leute die das wirklich sehen wollen da sein dementsprechend kann ich da auch noch mal kurz drüber gehen es sind unglaublich viele und ich habe zwei vier sechs acht neun stück bekommen sind 13 jetzt muss ich natürlich hoffen dass vater oder der valentine in diesen packs drin sind das weiß ich natürlich nicht wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin Ciao 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 Ciao